hallo leute hallo du wie geht es dir wie geht es euch also mir jedenfalls geht es sehr gemischt in dieser zeit und ich trommel viel und ich denke viel nach und ich meditiere und beschäftige mich sehr mit dem aktuellen zeitgeschehen und ich möchte dich zu etwas einladen und zwar zu transforming rhythms es gibt so viel aufgewühltheit in dieser welt heutzutage und so viel wut ist hochgekommen so viel angst bei den ganzen informationen ein chaos ich finde es ist ein positives chaos weil es macht uns unsere welt verändert sich und dieses chaos ist einfach teil dieser veränderung teil dieses prozesses aber umso mehr ist es wichtig dass wir unseren tag dass du deinen tag dass ich meinen tag gut gestalten mit sinn es gibt so viele themen die die uns auffühlen ja und und so viel bösartigkeit und so viel hass und so viel liebe und so viel neugier und interesse an einer neuen welt und diese sachen die kommen aufeinander und wenn ich so manchmal hier durch facebook oder youtube blättere dann ist es echt unglaublich erschreckend was ich da so lese wie leute miteinander umgehen wie auf kreta rumgehackt wird wie leute ihre emotionen einfach um die welt schmeißen ja und dieses wozu ich dich einladen will wozu ich euch einladen will ist transforming rhythms das heißt wir werden trommeln wir werden energien umwandeln und es wird ein vortrag sein wo wir dann auch gemeinsam danach trommeln also wird ein kurzer vortrag sein und danach werden wir gemeinsam trommeln ist in dem vortrag wird es auch um vergebung gehen es geht um unsere kraft und es geht um unsere träume unsere zukünftigen unsere zukunftsträume also ich lade dich herzlich ein ich bin ingo gutmann und du wirst kannst in der beschreibung noch ein bisschen was drüber lesen worum es hier geht und wenn du fragen hast dann schreib mir einfach also sei willkommen zum transforming rhythm zum transformierenden trommeln bis später 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 Vielen Dank.